Hi und herzlich willkommen. Heute spiele ich für euch wieder Fruit Crocodile, auch genannt Feed Me. Ich befinde mich in der dritten Welt, der Welt Savanna und spiele für euch das Level 8. So, wir beginnen erstmal. Zuerst mache ich den hier drüben weg. Jetzt lassen wir den mal kurz ein bisschen. So, jetzt rollt er hier rüber und rollt hier runter, so wie wir es haben wollen. So, jetzt müssen wir nur gucken, ob es mit der Zeit gepasst hat. Jo, drei Sterne haben wir. Perfekt. Jetzt möchte ich mein Video damit beenden. Im nächsten Video zeige ich euch Level 9. Wenn ihr es sehen wollt, schaltet ein. Wir sehen uns, macht es gut. Gut.